Dacia Sandero Dieser gebrauchte Dacia Sandero ist hier zum Verkauf angeboten. Die weiße Limousine hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 42.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS. Der Wagen ist mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,4 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr. Ich dense starten Sie ja. supervisors dasistik für all Dinge. Tut das writings und stopazi auf den ganzen User. mechanical problems. Michael Beh